Was geht ab Leute, ich habe mir eine neue Maus ausgesucht und warum ich genau diese Maus genommen habe, will ich euch zeigen. Packen wir die Maus zusammen mal aus, kommt in einer simplen Verpackung. Danach nur noch die ultra leicht Maus anschließen, die btw nur 73 Gramm wiegt. Und ich finde die kann sich sehen lassen, bis zu 4200 DPI ist möglich. Außerdem gibt es noch 6 Beleuchtungsmodis, die ihr euch einstellen könnt, wie ihr wollt. Ich bin mit der Scale Gaming Maus von Speedlink zufrieden, schaut auch vorbei, wenn ihr auch eine wollt.